Ah, jetzt... Hmm... Das hört's, das hört's. Jetzt muss ich mich aber beeilen hier, wa? Ja, aber werde ich wahrscheinlich nicht mehr aufhalten können. Oh, ich glaube der Turm fällt, der Turm fällt! Konnte ich auch nichts mehr gegen machen. Das sind zu viele einfach. Egal, das wird... Ja, boah, viel ist vorsichtig. Ich will meine Ulti nutzen, aber ich muss erst in den Busch. In den Busch musst du? Ja, naja, da sehen sie's halt nicht, wenn ich's mach. Da kommt mich dann auf einmal rausgeschossen aus dem Busch. Schieb da unten heil, hol's da. Ich bin on my way. Da, sie hier vorne, ja. Ich hör' das an, was ich da fresse. Unglaublich. Ja. Das war... Ja, noch einer, noch eingetötet. Die Evelyn ist schon stärker. Haben sie die gebufft? Weiß ich nicht. Hör' das an! Schau, schau dir die so an! Oh. Ich... Ja, flieht durch den Busch, da sind drei Pilze drin im Hintergrund. Bäh! uh dammit, a-f! Vergesse sich doch nochmal. Ja, hast du gesehen, was ich gemacht habe? Nee. Nee, ich bin jetzt mit meinem Ulti rein. Hab das Problem aber gehabt, dass ich nicht die Sandro benutzt habe. Achso. Ja, deswegen bin ich gestorben. Shit. Dammit! Naja, aber im Moment sieht es ja noch ganz gut aus, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, töte ihn! Ja, jetzt bräuchte ich Flash. Ah, okay. Der weiß schon mal, da macht der Ilias, ne? Der Ilias? Ja, der wird schon wissen, was er macht, oder? Denk ich auch. Mit 2000 Spielen. Ja. Oder ist, weil ich hab noch grad nochmal drüber nachgedacht, oder ist es einfach, weil sich Sachen nicht mehr so gut merken wie damals, weil es einfach schon so viel davon gibt? Weiß ich nicht. Könnte sein, natürlich. Aber gut, ich mein, für Super Nintendo gab es auch schon hart viele Spiele so. Ja, aber nicht, naja, so viele. Also das, also wenn, vielen Leuten, wenn es Nintendo hat, fällt halt Super Mario ein. Und das hat sich damals, als er einer der ersten Games auch richtig etabliert, also. Ich glaub, sicherlich, schau dir das an, was hauen die da rein, was ist mit denen? Unglaublich, was da, Damage kommt in, in paar Sekunden. Summoner ist disconnected, Ilias hat's quit? Ja, vielleicht hat er Problems. Aber ist quit nicht raus? Das, ich, pff, hat er, ist, er ist leftig, was haben sie gesagt? Er hat's quit, stand da gerade. Er steht da, aber ich glaub, das ist... Er gesagt haben sie natürlich nur, Summoner ist disconnected. Ah, reconnected, jetzt ist er reconnected. Ah, gut, sehr gut. Boah, jetzt pushen die aber krass, ne? Ja, ich brauch dringend mehr Leben, weil das ist ja heftig. Ah, ich muss ein bisschen weiter hinten stehen. Ja, und Dying Rage. Sehr gut. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen, ein bisschen aufpassen. Ich brauch mehr Leben, ich brauch auch für jeden Fall mehr Leben. Oh, oh. Hä? Achso, ja, ja, der hat ja gesagt... Unbelievable! Schau dir diesen Twitch an! What? Oh, mein... Oh, nicht! Ich bin doch gestorben. Nein, irgendwo ganz hinten drin, oder was? Nee, durchs Gift halt. Scheiße, wär's zu mir gekommen, ich hätt noch ein Heal gehabt. Ah! Ja, ich hätt nen Trank gefressen, das hat nicht ausgereicht. Hast du damals auch einen Kassettenrekorder gehabt? Ja, klar. Was sonst, so, so? Ich hab gestern noch ne Reportage gesehen, dass das wieder im Kommen ist. So Musikkassetten, ja, so in ner New Yorker Musikszene. Ja, Hipster, oder wie? Nee, weil die, ähm, halt aus diesen alten Aufnahmen Samples sich rausholen. Die kaufen zum Teil koreanische alte Audiokassetten und holen sich dann einzelne Samples daraus für neue Beats, so weißt du? Okay. Weil wenn die jetzt sagen, ja, die Qualität ist besser, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, aber die haben halt gesagt, das hat auch so nen Charme halt, so nen gewissen, äh, ähm, weil das so ein weicherer Sound ist, im Gegensatz zu den digitalen Medien. Mein Ulti war grad super toll, awesome fail. Super toll, awesome fail. Ey. Ach, hol mal, der Tee schon mal. Ja, ich hab lang keine Kassette gehört, aber was ich weiß, dass ich damals bei mir, also, wie ich in der Volksschule, bei euch als der Grundschule war. Ja. Da hab ich vom Radio mit den Dings, äh, das, das aufgenommen. Ja, kenn ich auch noch. Also, Portman noch vom Radio oder so. Weil, ich hatte damals halt auch kein PC und, äh, da blieb mir nix anderes übrig. Und ich hab sogar die Kassette noch, da wo ich in der Grundschule, da, da, was wir halt gesagt haben und so. Dann wird Dragon Ball gespielt, das haben wir aufgenommen und lauter so Sachen. Und dann alles noch auf der Kassette, die hab ich noch. Wo bin ich denn da? Boah. Ja, schön. Yes sir, die. Yep. Nice. Next, please. Das war schon. Boah, 650 Damage machen die schon, die Pilze jetzt. Ja. Dein Kapital. Bist der Putsch hat ja den Twitch an. Jawohl, da ist der Twitch tot. Yep. Jetzt noch den Tower weg und dann... Ja. First Step, clear. Ich schieß schon auf der Ding, ey. Hä? Ich schieß auch schon auf den Inhibitor. Ja. Und Matsche. Ach so, jetzt hab ich Angst vor Carly. Die da irgendwo drin ist. Na? Ja. Aber wo soll sie denn drin sein? In den Kreis, da, da ist sie unsichtbar. Ey, ich hab den noch gerade gesilenced. Ja. Die haben das schon aufgegeben, oder? Ah, nein. Die sind ziemlich... Die rennen einfach rein und platzen doch nur so weg alle, ey. Naja, die hauen mich ja so schnell weg. Deswegen, glaub ich, versuchen sie mich zu kriegen. Oder so... Da, 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 da. Da, 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 da. Oh, oh. Ich jetzt auch gleich. Da, 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 da. Magst du Kirby? Ja. Yeah. Boah, da war ich eine ganze Sekunde zu spät. Oder eine Zehntel Sekunde nur. Hm? Gerade um den Ilias zu retten. Wie hast du das gemacht? Ich wollte ihn retten, aber ich hab's leider nicht mehr geschafft. Schau dir mal den Namen von der Carly an. Äh, wie heißt sie denn? Pff, 217... Äh, äh, äh... 1994 XXL. Vielleicht 21.07.1994. Geburtstag. Ist es. Aber 1994 hab ich auch zum Rübeln begonnen. Warum macht man sowas? Weiß ich auch nicht so. Boah. Krass, wie viel Schaden das jetzt war. Ich stand aber auch ein bisschen weit vorne, geb ich zu. Das war blöd. Egal. Legt deine Pilze immer auf die Heal-Dings, Heal-Spots, hörst du. Ja, jetzt müsst ihr aufpassen. Verteil dich noch ein bisschen. Weil wir brauchen noch zwölf Sekunden, dann sind wir wieder da. Loll, jetzt hat der auf einmal Surf kaputt gemacht. Klar. Sieht ja nicht viel aus. Ich hab aber irgendwie gedacht, mehr als eine Attacke, so. Oh, nee. Oi, 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 Akali, wo ist Akali? Komm, Akali, show me. Why so mean, schreibt er. Ja, warum wir so böse sind. Sind wir doch gar nicht. Wir zerfetzen sie. Ist schon böse. Yes. Okay, passt. Wieso denn gemein? Oh, ja. Ah ja, Deutsche, warum so gemein? Aua. Warum weiß er jetzt, dass wir Deutsche sind? Hat wer von uns einen deutschen Namen? Achso, ich. Ja, lol. Oh, lol. Ah, schabernack, schabernack, schabernack. Er kriegt Ziel, geht das Haus. Ja, schaffen wir. Ich denke auch. GG. Ja. GG. Ich hatte es ja auch schon geschrieben, aber die haben es ja auch schon geschrieben, deshalb. Ja, dann ist es okay. Ja. Bitte war ein gutes Game. Ja. Wuhu. Boah, ey, dafür brate ich mir jetzt erstmal ein Eier um den Nacken, ey. Haben wir voll... Das kannst du bei uns machen. Haben wir verloren, letztes? Ich glaube, ja, ja. Nee, nicht alle. Aber... Aber jetzt haben wir gewonnen. Ja, wir haben gewonnen. Ein großes Dankeschön an Necrotoxic. Ja, genau. Jagu LP und Ilias. Ja, vielen Dank nochmal für euch, fürs Mitzocken. Danke an euch. Und dann schließen wir auch mal die Aufnahmen und sagen, bis zum nächsten Mal, wa? Bis zum nächsten Mal, tschüss. Tschüss.